Hi Leute, willkommen zum Traumbewusstsein. Heute beschäftigen wir uns mal mit Weltbildern, denn jemand hat die Frage gestellt. Und nun ist es das, was ihr davon habt. Also, fragen wir uns mal, wozu hat man überhaupt Weltbilder? Weil das ist mir nicht so ganz klar, weil damit muss ich mich erstmal ein bisschen beschäftigen. Und warum erzählt man anderen sein Weltbild? Was bringt das? Und natürlich die wichtigste Frage, welches Weltbild ist überhaupt richtig? Oder wie findet man heraus, welches Weltbild richtig ist? Wie kann man die denn miteinander wirklich vergleichen und abwägen? So, und in den nächsten paar Folgen werde ich hoffentlich etwas kürzere Folgen machen, zu jeweils etwas genaueren Weltbildfragen. Also etwa, was ist Wirklichkeit, was ist Illusion, was ist Rationalität, was ist Emotion und all solches Zeug. Entwicklung des Bewusstseins, Körper und Geist. Geil. So, und wo ihr schon mal hier seid, erst einmal muss man sich überhaupt fragen, was ist denn überhaupt ein Weltbild? Weil, naja, grundsätzlich haben alle Leute irgendeine Vorstellung davon, aber es ist ja vielleicht mal interessant, das zu hinterfragen. Ich würde sagen, ganz allgemein sind das alle Grundannahmen, die man so hat. Und diese Grundannahmen sind halt oft unbewusst und es sind viel zu viele, um sie eigentlich alle erklären oder darstellen zu können. Man weiß sie eigentlich auch gar nicht alle. Also, um ein paar Beispiele zu bringen, wenn ich morgens aufwache, dann gehe ich davon aus, dass sich nicht zum Beispiel die gesamte Welt spiegelverkehrt verändert hat zum Tag vorher. Das ist auch eine Art Grundannahme, die ich habe. Die ist so grundsätzlich, dass ich sie niemals bewusst formuliere, außer eben jetzt. Davon gehe ich einfach aus. Genauso wie die Tatsache, dass ich davon ausgehe, dass andere Menschen keine Automaten sind, sondern empfindungsfähige Wesen. Oder die Tatsache, dass die Logik funktioniert und dass ich nicht, dass meine Angst nicht gleichzeitig der Tisch da drüben ist. Das sind einfach so Grundannahmen, mit denen funktioniert unser Leben. Aber die kann man nicht alle formulieren. Die Frage ist auch, wozu? Wer will das überhaupt wissen? Ja, okay. Das ist es nicht, was die Leute fragen, wenn sie nach dem Weltbild fragen. Oft wird ja so ein Weltbild auch systematisiert. Dann versucht man so ein richtig in sich stimmiges System zu bauen. Und so ist alles, die ganze Welt, aufgebaut. Die haben eine Hierarchie vielleicht sogar. Oben ist Gott, unten sind die Menschen ganz unten. Ist irgendwie Erde oder so Zeug, ich weiß nicht. Natürlich kann man auch fragen, wozu das denn? Und es ist klar, wenn man nach dem Weltbild fragt, dann wird oft einfach auch diese großen Fragen Bezug genommen. Die werden vielleicht nicht immer einheitlich formuliert, aber so ganz prinzipiell sind das so Fragen danach. Gibt es einen Gott? Was passiert nach dem Tod? Wozu leben wir überhaupt? Das sind so die Fragen, die man eigentlich beantwortet haben will, wenn man nach dem Weltbild fragt. Trotzdem, wozu versucht man diese Fragen überhaupt zu beantworten? Oder wozu gibt man anderen die Antwort, die man für sich gefunden hat? Ja, man will vielleicht andere missionieren. Man will vielleicht verstanden werden. Man will vielleicht auch selber natürlich einfach verstehen, was abgeht. Ich bin natürlich selber Philosoph. Ich kann es ja verstehen, dass man sich solche Fragen stellt. Aber ich habe die Frage mir schon lange Zeit gestellt. Und mittlerweile ist für mich eher die Frage, wozu überhaupt solche Fragen beantworten. Also was steht dahinter für ein Interesse? Kommen wir also zu dem Wozu. Und dieses Wozu bezieht sich jetzt nicht auf die Grundannahmen, die ich erwähnt habe, die man eben so alle hat. Weil diese Grundannahmen, die hat man ja einfach. Ohne die könnte man sich ja gar nicht orientieren. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich zum Beispiel laufen kann, also wenn ich diese Grundannahmen nicht unbewusst hätte, dann würde ich auch gar nicht mich fortbewegen können. Und dass die Welt sich nicht mit jedem Schritt vollkommen verändert oder solches Zeug, das sind einfach Grundannahmen, die bieten Orientierung. Ohne die würde es irgendwie überhaupt nicht funktionieren. Da würde man ziemlich orientierungslos in der Ecke rumkauern und auch nicht lange leben, weil man wahrscheinlich auch glauben würde, dass man vom nächsten Hoch aus abheben kann und durch die verschiedenen Alien-Welten gleiten, obwohl letztendlich man dann runterfällt und stirbt. Aber wozu die ganze Systematisierung? Wieso baut man sich ein System daraus? Warum will man jetzt diese ganzen Grundannahmen systematisch haben? Man denkt, es muss doch in sich stimmig sein. Es muss doch konsistent sein. Okay, das ist vielleicht ein ganz interessanter Ansatz. Ist berechtigt. Aber, also was ich mit Systematisierung meine, das ist ja sowas wie zum Beispiel Materialismus. Oder, was weiß ich nicht, Idealismus. So Zeug, darüber erzähle ich später noch mehr in einem anderen Video. Aber Nietzsche sagt zum Beispiel, wenn man philosophische Systeme betrachtet, dann sollte man am Anfang erst einmal ihre Ethik anschauen. Denn das ist es eigentlich, worauf jeder Philosoph hinaus will, mit seinem ganzen großen Theoriegebäude. Das heißt, diese ganze Systematisierung, die Ontologie, die Metaphysik, das alles dient eigentlich nur der Legitimierung ihrer speziellen moralischen Ideen. Und ich würde das vielleicht nicht so krass verstehen, aber es ist ein ganz interessanter Ansatz. Die Frage ist doch, wozu muss man diese ethischen, moralischen Aussagen überhaupt irgendwie legitimieren? Vor allem anhand von irgendwelchen komischen Systemen. Und es ist ja oft so, wenn man Leute fragt, warum glaubst du das und das? Weiß nicht, warum glaubst du zum Beispiel, hast du so ein spirituelles Weltbild, dann heißt das manchmal, das führt zu Verbundenheit, das führt zu Verständnis und irgendwie zur Verbesserung der Welt. Und genau das Gleiche sagen auch Leute, die die Rationalität zum Beispiel als das Ultimum bezeichnen, Wissenschaft und so weiter. Und die sagen dann ja auch, das führt zu Fortschritt, das führt zu Verbesserung der Welt und so. Also es geht immer irgendwie um irgendwas Ethisches. Aber aus meiner Sicht ist es so, man braucht dazu keine Systeme bauen. Man kann doch auch einfach sich ethische Fragen stellen, Fragen, wie man denn leben will. Natürlich braucht man dazu grundsätzliche Annahmen oder für Überzeugungen, was überhaupt in der Welt so abgeht und wer man ist und so. Aber trotzdem, da braucht man kein System. Diese ganze Systematisierung ist aus meiner Sicht Blödsinn, weil Systeme einfach starr sind. Und man versucht ja dadurch, die Realität abzubilden. Irgendwie so eine Karte von der Realität zu bauen. Aber die Karte ist nicht das Territorium, wie es immer so schön heißt. Und diese ganzen Systeme sind immer löchrig. Also es ist eigentlich immer möglich, sie zu dekonstruieren, die inneren Unstimmigkeiten ausfindig zu machen und dann stürzt einfach das gesamte System zusammen. Und das ist ja blöd. Also wer will ein System, dass wenn man sozusagen ein paar Grundpfeiler kaputt macht, dass es dann komplett zerstört wird. Da ist es doch viel besser, wenn man statt eines Systems so etwas hat wie verschiedene Denkweisen oder Betrachtungsweisen, schon auch Grundüberzeugungen, weil die hat man sowieso. Aber ich meine eben, welche, die dynamisch angelegt sind, die nicht alle irgendwie sich hier raschig aufeinander aufbauen, sodass es alles so in sich gestützt ist. Natürlich bauen sie auch aufeinander auf, aber aus meiner Sicht, was das Interessante an all den großen Philosophen ist, wirklich ausnahmslos ist, denke ich, nicht, dass sie großartige philosophische Theorien aufgestellt haben. Das haben sie vielleicht. Aber das ist nicht ihr Verdienst. Ihr Verdienst ist eigentlich, sie haben eine neue Denkweise eingeführt, auf eine ganz kreative, geniale Art Gedanken entwickelt. Und das ist ihnen einfach inspirierend. Darum geht es doch eigentlich bei der Philosophie, denke ich, und nicht darum, eine Theorie zu erstellen. Denken lernen, anders denken lernen, über den Tellerrand schauen, zu verstehen, wie das Denken funktioniert und so weiter, auch wie das Leben funktioniert. Weil natürlich geht es hier nicht nur ums Denken. Es geht nicht nur um irgendwie anders zu denken, sondern es geht natürlich auch darum, dass man dann das Leben in einem neuen Lichte sieht und dass man dann auch etwas Neues lernt über das Leben. Aber das ist nichts, was man wirklich in einer Theorie verabsolutieren und verabschieden kann. Das funktioniert nicht, aus meiner Sicht. Ich bin jemand, der sehr, sehr gern die Dekonstruktion mag. Ich bin vielleicht sogar ein, ja, man könnte sagen, sokratischer Philosoph oder irgendwie so. Ich mag die Dekonstruktion von Derrida oder auch Wittgenstein, von dem bin ich auch stark beeinflusst. Einfach die Idee, man schaut sich Theorien an und dann rüttelt man an deren Inkonsistenzen. Man zeigt einfach, wohin die ganze Theorie führen würde und dann bricht sie in sich zusammen und so weiter. Das finde ich auch cool und das ist natürlich auch sehr interessant, weil das führt zu einem eher vorurteilsfreien Denken und darum geht es doch eigentlich. Nicht in seiner Gedankenwelt zu leben, nicht immer durch die Welt zu laufen und sich zu denken, ja, die Welt ist so, es gibt die materielle Welt oder es gibt die geistige Welt und hier haben wir die ganzen Ebenen und hier haben wir Gott und hier haben wir die Atome. Das sind alles Konzepte und dass man sich von diesen Konzepten befreit oder zumindest merkt, dass es eben Konzepte sind und dass es nicht die Realität ist oder dass man sich sozusagen, ja, dass man sich einfach nicht immer nur in diesen Konzepten bewegt, sondern offen ist für die Realität. Dass sie auf einen hineinstürzen kann oder sich einem zeigen kann und neue Aspekte, dass man diese neuen Aspekte lernen kann, dass man nicht so verschlossen ist und in seinem System feststeckt, weil dann ist man blind gegenüber dem Dynamischen, was da in der Welt abgeht. So, und wie entscheiden wir jetzt, welches Weltbild überhaupt richtig ist? Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht funktioniert das ja bei Systemen sowieso nicht, weil man die dekonstruieren kann, aber vielleicht bei ganz speziellen Grundfragen, zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Gut, wie entscheidet man jetzt, welche Antwort darauf richtig ist? Oder ob es Gott gibt? Aber das sind Fragen aus meiner Sicht, die kann man gar nicht wirklich beantworten. Also es kann natürlich sein, dass man sie schon beantworten kann, aber dann sollte man mir doch erst einmal erzählen, wie man ein Wissen darüber erlangen kann, was nach dem Tod passiert. Wo soll man dieses Wissen denn herbekommen? Natürlich haben viele Leute irgendeinen Glauben dazu und dieser Glaube begründet sich in irgendwelchen Erfahrungen, weiß ich nicht, Astralreisen, oder sie haben irgendeinen Verstorbenen im Traum gesehen. Aber das ist ja, das begründet ja kein Wissen. Das begründet nur, sie glauben das. Oder für sie ist es irgendwie plausibel. Oder vielleicht sogar, I want to believe. Es ist einfach das, was für sie am meisten Sinn ergibt und am schönsten ist oder so. Aber die Frage ist ja nicht, was macht am meisten Sinn? Wieso soll das denn bitte Sinn machen, was hier in der Welt abgeht? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Jetzt fragt euch doch mal, warum sitzt ihr hier am Computer? Macht das denn Sinn? Warum gibt es Tische? Warum gibt es Materie? Warum gibt es einen Geist? Das ist doch alles total sinnlos. Also es ist nicht sinnlos im Sinne von dumm oder scheiße, sondern es ist ja nichts, was man logisch aus irgendeinem System ableiten könnte und sagen, ja, die Logik gebietet, dass es Computer gibt oder dass es überhaupt irgendwas gibt. Und dann speziell die Sachen, die es eben in unserer Welt gibt. Inwiefern ist das denn überhaupt sinnvoll? So, und wenn man da nicht sagen kann, das macht alles Sinn oder das ist alles logisch verständlich, aus irgendeinem logischen System ableitbar, wieso sollte dann zum Beispiel was nach dem Tod passiert irgendwas mit Logik zu tun haben? Also Logik in dem Sinn, dass man das vorhersehen könnte. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass es keine Logik gibt oder dass es alles unlogisch ist, aber die Grundlagen der Logik, die sind eben unlogisch oder die sind einfach nicht logisch. Die sind einfach gegeben. Die muss man einfach als gegeben annehmen. Und wie soll man bitte Wissen erlangen darüber, was nach dem Tod passiert, während man noch lebt? Also man muss ja erst mal sterben, um das eventuell wissen zu können, wenn man es dann noch wissen kann. Also ich bin eher ein Philosoph der Aporin und ich finde es okay zu sagen, ja, ich weiß es nicht und es ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil ich werde es früh genug herausfinden oder eben auch nicht und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Da könnte man sich fragen, bin ich also ein Agnostizist? Denke ich, man kann nicht wirklich wissen oder ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Nee, auch nicht wirklich. Ich bin eher ein Agnostizist, könnte man so sagen. Das bedeutet so viel wie, die Frage nach Gott ist überhaupt wichtig. Es gibt doch viel wichtigere Fragen im Leben. Also, wenn es einen Gott gibt, na und? Wen interessiert das? Die Frage ist doch, was will ich machen in meinem Leben? Wer bin ich? Und wie will ich mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt interagieren? Das sind doch eigentlich die wichtigen Fragen. Oder wenn das irgendwas mit Gott zu tun hat, meinetwegen, aber es muss doch gar nichts damit zu tun haben. Wieso soll Gott irgendwas davon beeinflussen? Aber die noch stärkere agnostizistische Position ist eigentlich zu sagen, ja, was soll das überhaupt sein, Gott? Ich weiß ja gar nicht, was es bedeutet, wenn es Gott geben würde oder wenn es Gott nicht geben würde. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint sein soll. Und das ist, das folgt einfach daraus, dass die Leute nicht wirklich klar erzählen, was denn überhaupt Gott ist. Und das ist nicht einfach nur irgendwie vernachlässigt, weil sie schlampig sind, sondern die Leute haben wirklich widersprüchliche Konzepte davon, was Gott ist. Diese Konzepte sind einfach in sich brüchig. Das liegt einfach daran, dass es sehr oft heißt, Gott ist das Große, Alles, irgendwie umfassende, Transzendente, das wir nicht mit dem Verstand fassen können. Und das bedeutet so viel, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was dieser Gott sein soll. Wie kann man dann aber in etwas glauben, von dem man gar nicht weiß, an was man da genau glaubt? Und wie kann man glauben, dass es das nicht gibt, von dem man gar nicht genau weiß, was man da eigentlich ablehnt? Und wie kann man glauben, dass man nichts darüber wissen kann, von dem man gar nicht genau weiß, worüber man nichts wissen kann? Deswegen lehne ich Theismus, Atheismus und Agnosticismus ab, weil einfach das ganze Konzept von Gott total unverständlich ist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und das ist ganz ähnlich wie die Frage nach dem Weltbild. Was soll ich denn bitte dazu sagen? So, und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich um Wirklichkeit und Illusion. Nochmal kurze Zusammenfassung. Wir haben uns gefragt, wozu hat man Weltbilder? Warum erzählt man die? Also zuerst einmal, was ist überhaupt ein Weltbild? Entweder sind das die ganzen Grundannahmen, die man hat, oder es ist so ein System, das man daraus baut. Meistens auf diese großen Fragen bezogen. Dann haben wir uns gefragt, wozu überhaupt? Und mögliche Ideen waren, es bietet eine Orientierung, aber andererseits soll es auch nur die Ethik legitimieren. Man versucht, sich zu missionieren. Und mein Vorschlag war, statt hier so Systeme zu bauen, die alle in sich zusammenstürzen können, warum nicht einfach eher sich auf die Denkweisen konzentrieren und auf vorurteilsfreies Wahrnehmen der Welt. So, und dann haben wir uns gefragt, wie entscheidet man denn, was richtig ist? Welches Weltbild richtig ist? Und da habe ich jetzt keine besonders positive Antwort, weil aus meiner Sicht sind sehr viele so großen Fragen nicht beantwortbar, aber nicht, weil sie zu schwierig gestellt sind, weil unser Verstand zu blöd ist, sondern weil die Fragen an sich Konzepte enthalten, die brüchig sind, die einfach gar keinen Sinn ergeben, wenn man sie näher betrachtet. So, das war's jetzt und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.